Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Coop Seasons von den APK Gaming Pros wieder mit dabei ist natürlich hier Hallo und ich stelle nichts ja in den letzten Folgen haben wir sowas von derbe gerabt ähm ein und in der Hand genau gegen den starken Gegner kann man nicht sagen aber trotzdem haben wir meistens jedenfalls gerabt aber jetzt ja gut ich glaube auch in dem zweiten Spielen die Geist haben wir auch gerabt glaube ich schon eine Ersame und ich bin es wurde angewandt und gerabt oder nicht überwunden weil ich kann egal ob Verbindung zugegeben und unterbrochen der Gegner stand der Schweiz wir haben für uns heute zu sagen um das ist es ein Spiel ab und aber jetzt sind wir wieder einer anderen Aufnahmesession also wie gestern haben wir die drei vier Folgen aufgenommen heute bei uns gestern bei uns ja aber es ist schon Ewigkeiten her da ich kann es nicht immer eine Woche oder so Prozent Prozent ja und jetzt sind halt einem am nächsten Tag noch mal ein bisschen was auf und ja Marco wird genauso kompetent oder sind wie gestern oder ob wir kommen vielleicht Neweiler haben wir noch mein Koffer Joachim Rock kann so spontan entschlossen ja ich habe auch gerade nichts und ich habe auch schon dringend das wir haben schon nix mit Rändern gestartet weil dann wird beim Zidane und kann ich mich schon ja ich auch oh yeah gerade zumindest du weißt wie wie sie seine Erinnerung entwickelt ja nachher pennst du eh wieder auf der Tattoo ein ey ohne Scheiß Leute man erst auf die Frage geht das sind sie doch so oft die Pia ist am Ende wenn wir Minecraft aufnehmen immer so müde ey das gibt's überhaupt nicht bestimmt habt ihr so das Gefühl der pennt fast auf der Tattoo ein für den Kopf so schlimm ist es manchmal ja aber nicht immer ja meistens nur in der Woche ne aber jetzt haben wir ja Samstag da ist ja alles fresh eigentlich oder ja ich bin halt schon naja was soll ich sagen weil ich hab zwar von eins bis so um elf geschlafen und zwischendrin mal so ne schöne was willst du sagen soll ich mal sagen was ich geschlafen hab wieder von 6 Uhr bis 11 Uhr warum hast du das geht denn so aus wie spät ins Bett keine Ahnung ich wollte gestern Nacht das dann noch perfekt schneiden erst mal muss ich warten dass Karriere fertig gewinnt er ist dann wollte ich nur unbedingt Battlefield perfekt schneiden also muss auch viel schneiden wegen Kevin demnub und dann er wollte ihm habe ich das andere für Prozent Battlefield gemacht was ich auch noch machen musste und das hat auch wieder eine halbe Stunde Stunde gedauert das immer so jedes neue Spiel dauert es so eine halbe Stunde Stunde und da kommen immer so weit an was jetzt los er wird wird die Gegner und startet aber ich hatte schon vorher gestern gepennt von 1830 bis also schon von daher geht es ja aber auch genau hier ist das was ich dickfett in seinem Mikrofon auch immer steuer heute er hat hier ist immer bestellt aber ich bin jetzt auch immer muss und wenn ich mich immer aufregend bin ich bin ich immer bestellt naja gestern nicht also bei den letzten folgen nicht ja das war doch nur ein Scherz mann und wenn ich mal rummecke dann ist es ja nur wegen FIFA und Alter in die Mitte ja geh doch mal deinen Lugat hin ja geh doch mal deinen Lugat hin ja wir haben alle Bausgeladen ne war das Broteng es war Broteng Schoko war es einfach mal gewechselt wir spielen mal wieder mit Real Madrid aber gestern haben wir äh bei den letzten Folgen haben wir ein paar gerappt mit Real Madrid eigentlich alle die Real haben hatten wir gerappt nur das mal ich will sie mal nur gegen Bayern Alex kommt meine Season-Folge eigentlich raus bevor das Video rauskommt oder nein natürlich nicht Season kommt kommt äh von später heute und Coop Season kommt irgendwann erst diese Folge die wir jetzt können aufnehmen in einer Woche oder so ja einer Woche genau sorry oh Junge Martin die Bekannte keine Sittanen äh Spoilern war sie nicht so oder so was haben wir was heißt bei der Metzeln kannst du erzählen das ist ja schon ein paar Tage her die Leute erinnern sich da wahrscheinlich nicht mehr dran aber egal ne aber aber bei meiner Aufnahme ist äh bei Season habe ich auch immer drin übertrieben gefickt ey ach du wolltest jetzt nachfragen ob das nicht vorher kommt wegen Spoiler ah es ist auch keine ne 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 schon ganz alter glaube ich drei zwei dreimal richtig die allmächlichen Arschgebumst äh boah Ten du schwarzer Riese gib dir jetzt man hat er sich leider nicht hm ne 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 oh Alter wo war das bisschen freie zu sein deine Mama ist ein Freistoß äh nein du hast bei seiner Mama einen Freistoß Alter was macht der da Alter ah warum hüfte da mal drüber wie über seine Mama äh nein Arschen halten nein oder Arschen halten ja und fand es so ein paar Störer Scheiße nein warum war sie mit Dante ja ich weiß weil ich scheiße bin Alter wie ich drücke und 2 Stunden sch gerade ist echt wieder hier mit der Verzögerung komm rotz drauf ja musste ich ich muss auch fest laufen wäre eh nicht mehr gegangen bei Martin er schweißen doch sagt trotz drauf Jürgen Martin ist und man zu gingen so ob in einem Spiel hat man zu gingen dreierpack gemacht und man war Martin ist ein Doppelpack ey so awesome gegen am Ende der Fall ich hab dir so gerabt scheiße nein 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 umgehen Dürsten Weg Lugert so die Jahre ist klar ganz geschild die Ego erlangen als erstes Baby Spiegel ich bin ich bin ich bin die Bühnen Binnen nein komforte weiter Alex ich habe das erst geschafft wurde in den verkehrt also getötet ist das gerade gar nicht bisschen zu unentspannt für mich gerade ja das ist wohl war da läuft da unten irgendwer natürlich nicht aber übrigens trotzdem mal oh schade ja weil da unten rum einfach auf dem Fleckchen nichts macht Alter warum geht die ich glaube ich steuere gerade die alle so scheiße ich bin grad grad glaube ich richtig scheiße dann könntest du dich mal mach ich eigentlich gerade voll aber hm Alter komm komm hier zu dir Alter Oli hat ja nicht reagiert warte mal rüber du weißt du wenn du den Abschluss hast nicht schießen nicht schießen nicht schießen was machst du hast du füllen du hast die Kontas gedrucken ja das kannst du so jetzt machen wir weiter vom Anwalt Alter das ist ne andere Hammer ey wie lange der für gebraucht hat fick dich doch ja ganz geschild aber Alter ich war richtig unentspannt ey nein Boateng und nicht hingehen Boateng eh Annaldo er ist die ganze Spitznahme auspacken die Wege gegeben haben alles läuft scheiße soll er passt schon mach jetzt rein auf sehr gut was sind das für was sind das für hoch geht nein du kommst du in Boateng ja er ist so schwarzer Hengst ey sorry das war jetzt das war jetzt übertrieben eh weil ich echt nicht zu mir meine auch verkürzt zu verkürzen ja das tut mir verleiht ja ich dachte Ribery kommt da so frei zu ich muss ihn mal rein hämmern hu aber was kann er halt hat ja ist klar ist nichts weiter war wie ab wenn er einfach raus läuft komm ich zieh den grad so zurück diesen nein 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 aber ja 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 gut im Einkauf von ja 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 nein 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 alter Auer weil der Sekunde auf der Pistische Schwestern wir würden wir haben an so und es tut ganz leicht und die Klinik in der Rheinland und in dem Moment nichts machen kann ich komme hallo haust du nach vorne was machst du passen jetzt klar Alter ich wollte den Ball abnehmen und ich direkt schießen da hat es direkt in einem Spiel zugemacht Ball abnehmen und schießen alles in einem komm Alex Köpf komm komm Alter warum läuft da denn keiner den Ball ja können keiner erzählt ah hat noch eins schön oh alter was für Fehlschuss ey lauf der Fisch Alter scheiß komm 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 oh Lack das war richtig Lack so wollte ich nicht schießen kann zu mir gelaufen Alter hast aber gut ich wollte den Ball vollsteigen hast aber gut geplant hast aber gut geplant dass den Gegner ein schießt ein Tor ja was wollte ich aber nicht ich weiß nur die geilen nur die geilen Torer wollte ich mal eins reinhauen so zum Schluss ey schade ah schade ah ney 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 da das war meine Wege sind zu lange erwartet Ecke Leute komm Dante ah man ey Nougat Dante und hast du hat noch mal was ah ich weiß nicht da war richtig wir waren das überhaupt mal zu machen der war der war zu leichter ja eigentlich viel härter aufgezogen aber naja lauf doch und da war sorry ich hab grad nein ich wollte die hochspielen sorry das sollte eine Flanke reinwählen ich hab auch gerade erwartet ich hab erwartet dass der Lappen rauskommt deswegen haben so gezündet was er kann einfach nur verwirrt oder was nee ich hab in der Sekunde ich wollte ja dann hochspielen aber erst in der Situation habe ich die ganze Zeit damit gleiche dass dieser Lappen bisschen rauskommt der schlupfen kann ah sorry und dann wollte ich rein spielen aber das ging total in die Hose keine Ahnung warum denn so verkackt hat die Schlange ich hab sie nicht mal akustisch verstanden was sie gesagt das war schon mit dem Weg ich weiß nicht dass es irgendwie es gab irgendwas eine Abkürzung für Eger Schuss drauf m okay m egal nicht mit Neger soll es werden Eger Schuss drauf wir wollen nicht wir wollen wir ja schon immer noch mega beleidigen du leckst grad voll bei mir warum keine Ahnung leleleleleck Kevin hat auch irgendwas geschrieben gehabt aber nur so ja okay du mach jetzt ein bisschen so leichtgeleckte Stimme beim reden ja es ist scheißegal in Audacity hört sich es richtig an man spielt aber nicht ja dann ist doch gut dann ignorier es doch ein bisschen ist halt nur TS wir nehmen ja eh unsere Atomspur einzeln auf und mischen die ab trotzdem fackt das bisschen ab wenn ich sie so alle abendet mit einem Jahr gut wird gleich nach der Folge mal nach nun verstehst du nicht so was ich sage ein bisschen nach wo auch muss man das connecten und connecten mit kommt das für die Wörter n das zu schätzen nein was soll gebraucht werden raus verstehst du mich wenigstens normal ja ich verstehe ich ganz normal ganz gechillt komisch hm keine Ahnung ja immer noch so ja ja gut kannst du ja mal neu what the fuck sorry das wollte ich gar nicht so ach schön warte warte mach ich jetzt mal kurz mach mal grad neukonnect den Digeste ja deep speak Alex ja hast du neu connectet ja immer noch vorgelegt okay keine Ahnung nicht dass ich auch in order city so lege das ist irgendein input lag äh ich glaube aber nicht ich naja wir werden uns gleich mal diesen davon vielleicht doch mein Server kann ein bisschen belastet aber warum weiß ich auch nicht so komm äh Nigga alter na genau der nennt mir Ball ab Lappen hier ja hat doch alle kommen nötenden der einen der herzen blind ja reise wenn ein auf dem Ball geht und nicht zwei ja so in dem auf das wird doch im aufnahmenschädchen oder ja ach so bei den zirken die gerne gar nicht wenn man alles bei dir auch so leckte immer mal ja okay an links an alles konnektiert man neu nice alex kommt angetreten schade und mitmacht so ist okay um ja alle alle ja ja erstmals für mich ansetzen leckte man auch leckte man auch mehr ja irgendwie so in ihrer kraft die connection zu test bei mir voll komisch und dann ist an dir kann auch sein aber bei mir war es normal bei mir hat war der es kann auch voll schlecht geladen ich müsste gleich auch komplett alles dort müssen du kannst mich gekippt nicht gleich machen dann kommt schon mal neu rein was hat das bringt das weil ich ihm gerade gejoint habe und mein alter user immer noch drin war und das hat er und beim 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 bei mir nicht was dann einfach mal egal nach der folge Prozent jetzt muss mich erst einmal so ertragen bis zu einem Spiel Prozent nicht okay und so wie gewinnt das Spiel ja noch viel mehr das soll wohl etwas werden abseits bitte abseits nein scheiße nein alter Okay, Leute, jetzt wird's nervig. Komm, lauf, lauf. Lauf, lauf, Schweinsteiger. Komm. Schade. Alter. Schade. Ja. War ich nicht gerade fresh. Sorry, ich wollte es gar nicht so automatisch. Das war so ein Reflex von mir. Ich muss jetzt auch getan. Ich weiß, es tut mir leid, wir. Komm, dann. Alter, ja. Da war mal wieder eine schlechte Ecke von mir. Alle, what the fuck. Komm, hallo. Bugert. Ich bin einfach da in ganz, ganz, ganz abgestiegen blieben. Ich hab's gesehen. Ich glaube, mit... Ah, gut. Okay, der fast geht auch. Ich bin dann mit Ribri auch gerade gelaufen, aber... Ja, und? Wir wissen's. So wie deine Mom direkt auch immer. Und zwar... Egal. Alle ignorieren, solange wir sagen, wir aufnehmen. Hm? Wir müssen diesen Männchen ignorieren, solange er hier drin ist. Was für ein Männchen? Tier. Doch, das Monster. Genau, einfach nur ein Tier. Aber ein ziemlich leckeres Tier. Ich hab gleich du was. Bäh. Egal. Lecker, Männchenfleisch. Alter, was macht denn der? Direkt in den rein. Nein. Pff. Könnte ich aber wenig steuern gerade. Ja, das klingt jetzt auf die Eier. Ja, ich kümmere mich gleich drum jetzt. Heute nicht den Kampf ab. Sodass ich in der Aufnahme ist... Aber sonst geht mir auf die Eier. Hoffentlich ist es nicht generell mein Mikrofon, weil dann hab ich ein Problem. Aber... Nougat? Gatt? Ja, okay. Nee, ich mach grad nur den Nougat da. Weil wir kommen grad ganz schön in Bredouillier. Hier ist ganz schön scheiße gerade. Nein. Boah, das war grad... ...hart an der Kälte zum Elfmeter, was ich gemacht hab. Komm. Pass doch auf, wenn ich... Alter. Boah, schade. Nee, nee, nee. Könnte ich jetzt noch weiter zu laufen, um den Ball dann zu verlieren. Ja, stimmt schon. Komm, schieß drauf, Mann. Na, was für eine Kacke. Warum schießt der so scheiße? Egal. Ich war grad auch geschickt in Bredouillier, ich weiß nicht, egal. Schauen. Uh. Deep Throw, eh no. Come Shot Penetration. Alter. Mach doch. Ihr wisst nicht, wie ich diesen Knopf penetriert hab. Und der hat einfach... Oh, sorry. Warmbländer passt. Tut mir leid. Ah, scheiße. Ah, Mann. Schale. Das war gar gewesen, wenn du dann... Schuss gehabt, komm, wenn du dann... Ich war erst ein Fall, wenn du dann... Also, in der ersten Situation. Hallo, alles so konzentriert mich mal wieder. Nicht ganz ein bisschen, aber... Wie voll viel... Ja, bis in so rechtern, aber nicht. Ja, eigentlich schade, aber ich weiß auch nicht warum. Oh, wieder so kleines... Minimales Upside. Ich fahr da einfach nur auf schnell weitergedacht, ja. Sorry. Und da bewegt sich doch ein. Boah. Diese Armee an Ballabnahmen. Ja, renn doch, Mann. Lauft. Ach, gut, blödschen. Ah, scheiße. Boah. Da war keiner. Zu Ende. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Ein Knoll noch. Ein wunderschön erwartener Wartner. Wunderschön erwartener Wartner. Sag schon, da war mal wieder gegeben in der heutigen Folge, ey. Mit seinem Werner, ey. War richtig lustig, ne? Egal. Wenn man bei mir die Tabelle gesehen hat. Wie gesagt, wasser von der Folge, da war ich in die Stelle, läckige Alex und ich. Ich schläge nicht. Haha. Egal. Bei euch vielleicht. Ich habe bei mir läckige, wie mir da drauf. Hat man die Tabelle gesehen bei dir? Ja, ganz kurz. Dann würde ich mal sagen, jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye. Vielen Dank.